hallöchen meine lieben und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge ich wünsche euch einen wunderschönen wochenstart ihr hofft ihr hattet ein guter wochenstart und wir sind hier gerade auf dem weg auffällt mit 6 mit mähträscher da müssen wir jetzt weizen für die wo fragen was jetzt mal los war weil ich so hektik abschluss gemacht habe während der neue Disponent der leitstelle er hat heute erst mal in 8 schicht er wusste jetzt nicht ob der katastropheschutz ausdrücken lassen soll weil großunfall geschehen ist oder einfach nur rennungssanitäter ich bin in katastropheding genau das hängt an mir grad geschrieben deswegen ist hektik ja egal nix der trotz jetzt zweiter oh jetzt haben die das falschen gefahren für lauter ablenken hier ja genau wenn euch die folge gefällt gerne like und abo da lassen würde mich riesig unterstützen ja ich habe schon fall mit hier also am aufnahmetag habe ich es war auch das fett das ist groß straplage ist an oder ja sehr schön das fette ist gießig ich werde auch überlegen ob wir Mit dem Land haben wir hier und den Chef gefragt, ob ich auch L.U. wissen machen kann. Wird eigentlich cool. War geil, mein Kopfhörer spackt wieder. Wieso das ist ein richtig großes Feld? Ja, aber egal. Umso mehr weit sind, umso besser. Aha. Kann man ja irgendwie das falsch dreschen, ne, von einem Projekt. Haben wir da schon die zwei große Fälle angefangen? Ich glaub schon, oder? Nee, ich glaub die Folgen sind noch nicht draußen, wenn die große fällt, oder? Ich muss gerade mal spicken. Edit. Ich muss gerade mal spicken. Ach nee, heute ist erst Folge 2 erschienen. Videos verwalten. Ruf Bergmann. 3, was kommt da? Ach, da kommt das Strohdinger. Ja, auf Folge 3 kommt das große Feld. Ich glaub. Also... Werdet ihr es, glaub? Ja, egal. Bye. 2, aber... 5, 4, 2, 3 ... Alles Gute! Und dann... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah! Ah! Jetzt müssen wir aufpassen, damit wir die Ausfahrt hier bekommen. Jetzt müssen wir aufpassen, damit wir die Ausfahrt hier bekommen. Der Chapel ist so gut, also... Ding! Und dann? So, ich muss jetzt mal kurz was testen weiter. So, ich muss jetzt mal kurz was testen. 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 So, ich muss jetzt mal kurz. da und ein Klöckchen. Aktiviert die Glocke. So können neue Videos zu verpassen. Und ja, ich freu mich, wenn ihr uns am nächsten Folge am Mittwoch wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Montagabend und Dienstag und am Mittwoch sieht man sich wieder. Genau. Damit bin ich aus. Ich sag Ciao. Bis Mittwoch.